Mein Tag Hallo, ich heiße Oksana Vasiljeva und wir lernen Thema Mein Tag. Ich stehe um 8 Uhr auf. Um halb neun frühstücken wir. Von neun bis zehn Uhr arbeite ich zu Hause. Um elf Uhr gehe ich mit meinen Kindern spazieren. Um eins essen wir zum Mittag. Dann gehen wir schlafen. Am Nachmittag spiele ich mit meinen Kindern und am Abend arbeite ich wieder. Um acht Uhr essen wir zu Abend, spielen und dann gehen schlafen. Und was machen Sie? Schreiben Sie bitte unten. Tschüss! Spannende Ferspiegel Früher Untertitelung des ZDF, 2020